Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. In dem heutigen Märchen geht es um einen jungen Mann, der sich um das Herz und die Liebe einer Prinzessin bemüht. Im Gegensatz zu seinen zahlreichen Mitbewerbern wählt er allerdings eine viel subtilere Art, sich der jungen Frau zu nähern. Wird er das Herz der Prinzessin gewinnen? Wenn du kein Märchen mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hänzlein mit dem Strauße von Josef Wenzig Es war einmal ein König. Der hatte eine Tochter, die gar schön war. Er lud alle Prinzen aus der Nachbarschaft ein. Sie sollten kommen und sie sich ansehen. Vielleicht, dass sie einem gefieler. Die Prinzen kamen überein, wen sie selbst wählen würde, dem solle sie gehören. Einer von diesen Prinzen ließ sich sogleich wallachische Kleider machen. Einen breiten Hut, kurze Hosen bis unter die Knie, eine dunkelgraue Halena, grobe Strümpfe, Bundschuhe und eine grüne Weste ohne Kragen. So ausgestattet, mit einem Knittel dazu, begab er sich auf den Weg und nahm vier Leib Brot mit sich. Unterwegs begegnete er einem Bettler, und der bat ihn um ein Stück Brot. Er schenkte ihm einen Leib. Und indem er weiterging, begegnete er einem dritten Bettler, der bat ihn gleichfalls um ein Stück Brot, er schenkte ihm den dritten Leib. Und indem er weiterging, begegnete er einem vierten Bettler, der bat ihn ebenfalls um ein Stück Brot, und er schenkte ihm den vierten Leib. Der letzte Bettler gab ihm eine Peitsche, einen Stab, eine Hirtenpfeife und eine Hirtentasche und sprach, Wen du mit der Peitsche hauen wirst, der bleibt tot. Steckst du den Stab in die Erde, so werden deine Schafe von selbst um ihn herumweiden. Blasest du auf der Pfeife, so werden deine Schafe hüpfen, wie du willst. Und tust du in die Tasche Käse, so wirst du ihn nicht aufessen. Der Prinz ging in das Schloss, wo der König mit der schönen Prinzessin wohnte, und bat um Dienst. Sie nahmen ihn als Hirten auf und hießen ihn Hans. Als er den Dienst hatte, trieb er seine Schafe aus und weidete sie. Es kam ein Jäger zu ihm. Er gab ihm recht viel Käse aus seiner Hirtentasche und bat ihn, dass er für ihn die Schafe hüte. Er wollte irgendwo hinsehen, wo Vögel zu finden seien. Der Jäger hütete die Schafe für ihn, und Hans ging von dannen. Er gewahrte im Walde ein großes Haus, und in diesem Hause stand ein Riese und kochte sich was in einer Schüssel. Als der Riese ihn erblickte, erfasste er eine große eiserne Keule, um ihn zu töten und rief, »Du Wurm, was willst du hier?« Hans säumte nicht, hieb ihn mit der Peitsche und schlug ihn tot. Dann ging er fort seinen Schafen nach. Am zweiten Tage begab er sich in den Wald und sah dort einen zweiten Riesen. Auch dieser kochte was in einer Schüssel, und sobald er ihn erblickte, rief er, »Kommst du wieder, du Wurm, der du meinen Bruder erschlagen!« Und schon stürzte er auf ihn los mit seiner eisernen Keule. Hans säumte nicht, hieb ihn wieder mit seiner Peitsche und schlug ihn tot. Dann machte er sich auf den Weg seinen Schafen nach. Am dritten Tage ging er hin und sah niemanden. Er ging, sich das Haus und die Stube zu besehen, was drin wäre. Er sah dort einen kleinwinzigen Schrein, und als er darauf schlug, sprangen sogleich zwei Männer hervor. »Was befiehlt der Herr des Hauses?« Hans antwortete, »Ich will, bevor ich aus dem Haus gehe, sehen, was es da gibt.« Die zwei Männer führten ihn in den Garten. Dort blühten wunderschöne Blumen. Er pflückte einige Blumen und band einen Strauß. Dann kehrte er zu seinen Schafen zurück und trieb sie heim. Als er sie durch die Stadt trieb, da duftete der Strauß gar sehr. Er begann auf seiner Pfeife zu blasen, und alle Schafe begannen paarweise zu hüpfen. Die Prinzessin saß vom Fenster und lachte, bis ihr der Strauß zuduftete und in die Augen fiel. Gleich sandte sie ihre Dienerinnen, dass ihr Hans den Strauß schickte. Er aber antwortete ihnen, »Wer solch einen Strauß haben will, der muss selbst kommen und sagen, »Hänslein, gib mir das Streuslein!« Die Prinzessin kam und sagte zu ihm, »Hänslein, gib mir das Streuslein!« Er antwortete ihr, »Wer den Strauß haben will, muss sagen, »Hänslein, ich bitte dich, gib mir das Streuslein!« Sie sagte sogleich, »Hänslein, ich bitte dich, gib mir das Streuslein!« Und er gab ihr den Strauß. Am zweiten Tage ging er wieder in das Haus und in den Garten und band einen noch schöneren Strauß, der noch einmal so angenehm duftete. Als er des Abends die Schafe heimtrieb, stand die Prinzessin am Fenster und sah hinaus. Der Duft des Straußes erfüllte die ganze Stadt. Hurtig lief die Prinzessin zu ihm und sprach, »Hänslein, ich bitte dich, gib mir das Streuslein!« Aber er antwortete ihr, »Wer den Strauß haben will, muss sagen, »Liebes Hänslein, ich bitte dich schön, gib mir das Streuslein!« Die Prinzessin sagte so süß, als sie nur konnte, »Liebes Hänslein, ich bitte dich schön, gib mir das Streuslein!« Er gab ihr den Strauß und sie stellte ihn vor das Fenster. Von dem starken Dufte war die ganze Stadt erfüllt, sodass die Leute kamen, den Strauß an zu staunen. Am dritten Tage band Hans einen dreimal schöneren Strauß und den gab er der Prinzessin, ohne dass sie darum bitten musste. Am vierten Tage ging er wieder in den Wald und in das Haus, nahm dort einen Haufen Dukaten und schenkte sie dem Jäger, der ihm die Schafe gehütet, und sprach, »Ich habe unter einer Tanne die Blechstücke da gefunden. Hast du Kinder zu Hause? So kannst du sie ihnen zum Spielen geben!« Der Jäger eilte nach Hause, und er und sein Weib verwahrten die Blechstücke gut. Als Hans mit seinen Schafen heimgelangte, erzählten sich die Leute, in einem Monat würden die Prinzen sich versammeln, um sich die Königstochter anzusehen. Die Prinzessin habe ein Tuch und einen Ring, und dieses Tuch und diesen Ring werde sie dem Prinzen reichen, der ihr am besten gefalle. Hans weidete indes seine Schafe den ganzen Monat sorgfältig, und nach einem Monat versammelten sich die Prinzen aus allen Enden der Welt. Schnell steckte er seinen Stab in die Erde, damit die Schafe um ihn herweideten, säumte nicht, gingen das Haus im Walde und schlug auf den Schrein. Gleich sprangen die zwei Männer hervor. »Was befiehlt der Herr des Hauses?« Hans antwortete, »Ich will weiße Kleider, wie sie mir anstehen, und ein weißes Ross mit Silber beschlagen und gezäumt.« Sogleich hatte er alles, ritt in das Schloss zur Prinzessin und blieb der hinterste. Alle Prinzen ritten in größter Pracht und Herrlichkeit um sie herum. Allein sie reichte das Tuch niemanden als Hansen. Als alles vorüber war, machte sich Hans auf seinem weißen Ross auf den Weg und ritt fort. Des Abends trieb er seine Schafe heim. Die Prinzessin kam zu ihm und sprach, »Hans, das warst du!« Doch er leugnete, dass er es war, und meinte, wo er die Kleidersäule hergenommen haben. Die Prinzessin sagte, sie wolle es jetzt dabei bewenden lassen. Allein in einem Monat, wenn die Prinzen wieder zusammenkämen, wolle sie's schon erfahren. In einem Monat versammelten sich die Prinzen wieder. Hans ging in das Haus im Walde, schlug auf den Schrein und die zwei Männer sprangen gleich hervor. »Was befiehlt der Herr des Hauses?« Hans antwortete, »Ich will rote Kleider, wie sie mir anstehen, und ein rotes Ross mit Gold beschlagen und gezäumt.« Sogleich hatte er alles, ritt zur Prinzessin ins Schloss und blieb wieder der Hinterste. Alle Prinzen ritten in noch größerem Prunk um sie herum. Sie aber reichte keinem anderen ihr Tuch als Hansen. Als alles vorüber war, machte sich Hans auf seinem roten Ross wieder auf den Weg und ritt fort. Der König, der Prinzessin Vater, gebot zwar, sie sollten ihn fangen, allein sie fingen ihn in dem Augenblicke doch nicht. Als Hans des Abends seine Schafe heimtrieb, kam die Prinzessin zu ihm und sprach, »Hans, das warst du!« Er aber leugnete wieder und stellte sich böse, dass sie denke, er sei's gewesen, und sagte, »Was denkt ihr von mir? Ich war nicht einmal in der Nähe, und schon zum zweiten Mal tut ihr mir unrecht.« Die Prinzessin sagte, »Im dritten Monat, bis die Prinzen zusammenkommen, erfahren wir's gewiss, sie werden dich schon erkennen.« Im dritten Monat versammelten sich die Prinzen wieder. Hans ging in das Haus im Walde, schlug auf den Schrein und sogleich sprangen die zwei Männer hervor. »Was will der Herr des Hauses?« Hans antwortete, »Ich will schwarze Kleider, wie sie mir anstehen, und ein schwarzes Ross mit lauter Diamanten beschlagen und gezäumt.« Sogleich hatte er's und ritt in das Schloss zur Prinzessin. Als wieder alle in dem möglichst größten Putze und Glänze um die Prinzessin herumritten, reichte sie keinem von ihnen ihr Tuch und ihren Ring als Hansen. Alle Prinzen waren schon bereit, ihn zu fangen, doch er wandte sich rasch, und sie konnten ihn nicht fangen. Ein Prinz jedoch verwundete ihn mit seinem Säbel am Schenkel. Hans gab im Walde Ross und Kleider ab, wie schon zweimal, ging seinen Schafen nach, wo er den Stab in die Erde gesteckt, und die Schafe weideten ruhig. Da legte er sich in die Sonne, verband sich den verwundeten Fuß mit dem Tuche der Prinzessin und schlummerte ein. Die Prinzessin kam ihm auf das Feld nach und sah ihn schlafen. Sogleich erkannte sie das Tuch, womit er seine Wunde am Fuße verbunden hatte. Da weckte sie ihn und sprach, »Schönen Gruß, Hänslein! Du bist's!« Hans gestand ihr alles und sagte ihr, wer er sei, und dass die Prinzen übereingekommen, wen sie selbst wählen würde, dem solle sie gehören, und dass er sich deshalb als Wallach verkleidet und bei ihnen Dienst gesucht. Die Prinzessin führte ihn mit großer Freude flugs zu ihrem Vater, dem König, und in kurzer Zeit war die Hochzeit. Die anderen Prinzen bedauerten sehr, dass sie nicht ihnen zuteil geworden. Hallo nochmal! Wenn dir das Märchen gefallen hat und du noch nicht schläfst, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du noch nicht schlafen kannst, findest du hier ein weiteres Märchen. Bis bald! Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020